Für mich war es natürlich ganz wichtig, dass unser Weinberg dementsprechend auch von der Optik her erhalten bleibt, dass diese Wohnothek, diese Gebäude sich tadellos in die Landschaft integrieren. Wenn man nicht bewusst weiß, dass da was steht, sieht man es eigentlich gar nicht. Und das belebt nur unsere sanfte Region. Wir sind ja doch arbeitsplätzenmäßig sehr bescheiden ausgestattet. Aber unser großer Vorteil ist unsere tolle Landschaft.